Es gibt eine Auszeit und 30 Sekunden für dich, ich kocke. Oh, Bär. Kann einer aufschießen? Nein. If you think you are drunk. Oh, der Einer hat dünne Beine, hä? Hört ihr das? Da schießt der, Leute, da fliegt irgendwas. Ah, das kommt ja hoch. Wie du schreist und dann kommt er einfach so voll langsam zu. Ja, ich dachte, das verfolgt einer oder sowas. Das ist ja Billo, das Teil. Samy, ich untersuche ihn, du huckst nach dem Auto. Oh Gott, das Auto kommt, Samy. Woah, er wurde weggefahren. Er spracht. Hopp. 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 I found a ledge. Aua, ist das jemand? Oh Gott, aber tief Zettel. Hehehehe, sind da um 2 Smokes reingeflogen. Oh shit, das ist... Oh, fuck. Der Larry, oh, oh, oh. Guck dir mal die Waffe an. Ist die nicht schön, die Waffe? What's going on? And I say, eh? Run! Oh shit! Oh shit! Was? Was? Oh mein Gott! Oh! Achtung! Yakuza ist eben geplatzt! Isn't he dancing right now? Oh mein Gott, I can't believe it! Wow, 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 wow! Sag mal! Ach, guck mal, da sind sie du und Pingu. Ey, Yakuza steht! Jan hat vorher was von Yakuza gecalled, ne? Ey, ich war nicht bei Yakuza. Jan hat gerade Yakuza gecalled und danach ist Yakuza gewesen. Ich war nicht bei Yakuza. Ich war nicht bei Yakuza. Du hast Jan direkt, je nachdem er ruhig war, confirmt, Alter. Ja, das war nicht aus Versehen. Ich war nicht bei Yakuza. Ich habe jeden Tag ein Glas Ova Maltine. Ova Maltine, Alter. Leute, 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 was ist los, Alter? Holy crap! Du bist voll an mir vorbeigekockt, Dark Souls. War wie ein Locker. Ich bin gerade ein bisschen ausgerutscht. Oh, Nasty. Achso. Nee, ich muss mit Axel hier zusammen fahren. Wir koexistieren gerade. Mach mal 10 Fehler, bitte. Axel, alles gut. Keine Sorge, ich werde es... Ich lebe. Vorsichtig, ich weiß nicht, ob er jetzt in das Haus reinballert. Ja, da kommt es. Oh mein Gott. Later. Wow. Scheiße. Demi hat legend hacken. Der ist legitim, um hacken. Demi, ich finde, er ist legitim, um hacken. Ich habe vorhin... Oh, oh. Oh, okay, die Police go. Nasty, ich habe vielleicht ein Problem. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Überall in Berge. Askaban vers... Askaban, geh weg! Oh, 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 oh. Das stimmt, der... Oh. Hä? Okay, Lerby. Und jetzt? Feuer! Jetzt ist er weg. Nicht. Sondant, der darfst dir nicht überholen. Du musst ihn vorlassen. Okay, habe ich gerade. Und du musst mich auch verlassen. Ja, siehste! Sam, Sam! Warum kommst du da noch rein? Übrigens ist Sammy ein Baby, krass. Hä, du bist ein Baby. Du bist bei mir aber auch. Du bist Maggie. Ja, du auch. Maggie hat niemals so lange Beine. Habt ihr gesehen, wer da bei euch steht? Der Panzer. Was, Panzer? Wow! Oh! Wow! Ich hab grad nach hinten geguckt. Okay, boah! Coil, Coil beim Stop. Alter, wer fährt da hinten die Rampe? Was für ein Madland. Wer? Einfach weg. Ich versuch's jetzt schnell, 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 schnell. Ich werd es nicht schaffen. fang mich auf im ziel bitte Achtung, Yakuza Hallo, hinter dir Wo? Das ist so krass Ich fahre jetzt erstmal hier auf den Waldparkplatz und gucke mir jetzt einfach mal hier schön die Gegend an da rechts ist mein Lieblingsbaum der hier ist eine Magnolie der trägt auch Äpfel tatsächlich früher konntest du hier lang fahren das ist Wasser ja, da war ja halt noch eine Straße damals das ist die Erderwerbung ich sag's euch immer wieder macht eure Kühlschranker aus wenn ihr die nicht benutzt Ulf, das ist mein ey hey ihr macht jetzt sofort Platz in dem Fahrzeug ich hab nie einen Stein warte, weiß ich nicht, wie viel Headshot ich mach ja ok Minus ein Headshot Null oh, eins Null ne, ne, ne vier oh, guck, so viele ich geb dir einen kleinen Lucius Tipp ich kann dich genau jetzt sehen Dark Souls immer noch wenn du ein bisschen nach rechts guckst ein bisschen rechts ein bisschen links nicht so schnell nicht so schnell ein bisschen weiter nach oben in der Nähe einer Palme ah, das ist ne Waffe geh weg, Alter what the fuck er hat einfach ne Waffe Dark Souls was sagst du eigentlich zu ihr hier? die mit der mit der die da naja das ist meine Mutter das ist meine Mutter die da ist gleich hat gestorben oben im Ventilator Dankeschön an Azkaban, dass er mich nicht gekillt hat, sehr edel von ihm. Stiesel, bist du... Nee, denk dran, Stiesel, warte, ich pushe dich raus, warte, warte. Äh, jetzt kann übrigens von hinten auch noch ein Auto kommen, ne? Guck, 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 okay, okay, warte. Nee, 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 das wird dich, das wird dich. Guck, 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 gu